Musik Zurück zu Fuckware Primal. Was bisher geschah, wir haben in der letzten Folge das Leuchtfeuer erobert. Es brennt. Dann sind wir ja hier rumgegangen, haben noch die Teilstand genommen. Hier war auch sogar noch eine, zwei Stück. Und danach sind wir zum Lagerfeuer gegangen. Heute werden wir Swaras Außenposten einnehmen. Ich bin gespannt, was passiert heute. Hier ist noch eine Tasche. Dort ist sie. Die nehmen wir. Nordseeder. Feuerstein. Nice. So, wir werden jetzt mal zusammen hier weitergehen, um zu gucken, ob wir noch Rohstoffe hier auf diesen Wege finden. Alderholz nehmen wir mit. Kriegen wir auch sogar Hartholz. Ja, mal zwei. Also zwei Stück. Oh. Ein Hirsch mit einem Geweih. Mit dem will ich jetzt keinen Stress. In der letzten Folge ist auch mein Löwe dennoch leider gestorben. Ich bin einfach weitergegangen. Juckte mich irgendwie auch nicht. Wir müssen jetzt mal gucken. Wir müssen ihn wiederholen. Machen wir das einfach mal. So, Bestie wiederbeleben. Haben wir. Wo ist denn jetzt die Tasche hier? Ach, sie hängt dort oben. Was ist denn da drin? Knochen. Das ist gut. Wir gehen weiter. Sind nur noch 90 Meter. Hinter uns sind Gegner. Wartet mal. Habt ihr gesehen? Die Keule brennt. Und die Wölfe hauen ab. Der Rothund war das, glaube ich. Swaras Außenposten entdeckt. Oh, die haben uns gesehen. Fuck you. Zeig mal her, was du drauf hast. Ja, nice. Oh, shit. Die haben wir auch. Den haben wir auch. Gegner gerufen. Oh, jetzt kommen viele. Nice. Kommt noch einer. Da ist der. Und wir haben es geschafft. Yeah. Das ist mein Adler. Swaras Außenposten. 4 von 15 beansprucht. Du erhältst 500 XP-Punkte. So. Farben wir erstmal die Toten hier. Was haben die denn alles dabei? Die ganzen Pfeile auch. Erstmal einsammeln. Was sagst du zu mir? Okay. Oha, plus 6 neue Dorfbewohner. 6 Stück haben wir hier bekommen. Das ist ja krass. Jede Menge. Neue Bevölkerung. Hier liegt auch noch einer, oder? Haben wir den schon? Ne, den haben wir auch schon nicht. Jetzt haben wir ihn. Hier liegt auch noch einer. Ne, der hat nichts. Geh mal weg. Eigentlich steht mein Löwe immer im Weg, ne? So, hier noch. Und hier hinten noch. Ey. Das sind meine Sachen. Finger weg. So. Schauen wir uns das einfach mal hier an. Das sieht cool aus. Gefällt mir. Und? Schön warm? Oh, es ist schön warm hier. Oh, ich brenne. Oh, es ist heiß. Okay. Zum Glück brenne ich jetzt doch nicht. Was ist denn das hier? Okay. Oha, was ist denn das da hinten? Was ist das für ein Tier? Du bleibst hier. Oder ist das... Ist das nicht der gleiche? Wo ist der hin? Alter. Alter, was ist das denn? Wartet mal. Ich glaube, das ist... Schnell mal Köder herstellen. Alter, der ist brandgefährlich. Alter, ist das geil. Ich glaube, das ist der... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oha. Oha. Säbelzahn-Tiger G10. Was für ein Erfolg, Leute. Was für ein Erfolg. Richtig nice. Krass. Gucken wir uns das mal an. Das ist der Höhlenlöwe. Und das ist der Säbelzahn-Tiger. Definitiv. Ein Punkt mehr Stärke und ein Punkt... Beziehungsweise schon zwei Punkte bei Tempo. Beim Schleichen dennoch sind die beiden gleich. Und jetzt schauen wir mal. Geiles Tier, oder? Da hinten ist auch noch ein Tier. Irgendwo. Irgendwo war hier ein Tier. Oh, oh, oh. Ich glaube, das ist der Ring. Schauen wir mal auf die große Karte. Wen hier Armband. Schauen wir uns das einfach mal an. Speer. Hier. Wen hier Armband bekommen. Nice. Plus ein Fähigkeitspunkt. Das freut mich auch zu sehen. Wie viele haben wir schon eingesammelt? Zwei von 25. Noch drei bis zur nächsten Belohnung. Jetzt gucken wir mal. Bleib doch mal stehen. Ich will dich mal streicheln. Ja, fein. Ja, fein ist hier. Ja, fein. Alter, das ist noch einer. Hier sind ja überall diese Tiere. Unmöglich, ey. Wenn mich einer beißt, direkt Game Over bestimmt. Kämpfen wir jetzt mal mit dem. Alter, guck mal, wie schnell die sind. Alter, wie schnell. Beste kill. Säbelzahntiger häuten. Jetzt bin ich gespannt, was wir hier bekommen. Fleisch. Fünf. Oha. Säbelzahntiger, Fell und zweimal Knochen. Hier ist noch ein Fragezeichen. Und noch eine Tasche sogar. Ja, hier Säbelzahntiger. Eine riesige Katze mit langen Zähnen, die klettern kann. Jagdgeschwierigkeit sehr schwer. Ja, war locker, ne? Belohnung, Säbelzahntiger, Fell. Besonderheit, 10 Bar benötigt. Bestin Meisterfähigkeit. Haben wir auch. Jetzt gucken wir nochmal Handwerk. Fähigkeiten. Ja, Mann. Wir haben das ja hier. Genau. Und jetzt müssen wir noch Höhlenbären und Dachse. Und noch Braunbären. Den haben wir auch schon. Krass. Oha. Was ist denn das hier? Nachladen im Sprint für Bögen. Das ist cool. Nehmen wir. Wieder mal keine Fähigkeitspunkte. Naja. So. Wo ist die Tasche? Hier ist die Tasche. Hier unten bestimmt. Lager an der Flussbiegung. Fleisch 2. Ich höre die Schlange. Da ist die Schlange. Ist sie tot? Ja. So. Gucken wir nochmal auf die große Karte. Hier ist... Oha. Ist das eine Wüste oder wie? Oder wie sieht das hier so aus? Krass. Hier ist auch nochmal ein wenig Armband. Mh... Wir werden jetzt mal... Hier ist auch noch ein wenig Armband. Also überall, ne? Das ist ja krass. Wo gehen wir jetzt am besten lang? Wir können natürlich hier auch alles machen. Oder wir gehen hier erstmal runter. Oha. Hier unten ist auch noch voll viel. Wir haben echt noch viel vor uns. Das freut mich zu sehen. Lagerfeuer. Lagerfeuer. Dann werden wir einfach mal hier hingehen. Erstmal zu diesem Lagerfeuer. Oder wir gehen erstmal hier rüber. Kommt. Wir gehen jetzt einmal kurz rüber. Wir müssen nur aufpassen. Hier sind Beißfische. Aber ich will das Armband haben. Oh. Das ist ein Krokodil. Krokodil ist weg. Spannend. Haben wir. Ja komm. Tauch auf. Ab geht's da rüber. Über diesen gefährlichen Fluss. Oh oh oh. Da kommt was. Oh oh. Okay. Das ist kein Krokodil. Das ist ein Beißfisch. Puh. Komm Jackin. Los. Zeig was du drauf hast. Das ist viel schneller als der. Komm. Let's go. Ja man. Mach ihn fertig. Ja. Nicht Milch. Geh weg. Komm. Säbelzahntiger ist doch viel stärker. Guck. Wir haben wieder gewonnen. Krass. Wir sind ja wie unverwundbar hier. Hast du Hunger? Es geht. Oh wir müssen nach rechts. Nicht nach links. Hey Kollegen. Hey yo. Was geht ab? Euch trifft man ja jeden Tag. Natürlich dürfen wir auch nicht vergessen immer zwischendurch noch zu farmen. Wo ist denn das hier? Ach hier. Müssen wir das kaputt machen? Und. Ausgeholt und geschlagen. Alter Holz. Oh oh. Wir haben beide. Mir kommt das eigentlich so vor? Desto öfters man mit dem Bogen schießt, desto besser wird man. Mit der Genauigkeit. Okay. Hier ist der. Hier müssen wir hin. Hier ist der Ring. Wo ist denn der? Hä? Hä? Ach hier. Weniger Armband. Yay. Wir haben das nächste gefunden. Also schauen wir mal kurz auf die Karte. Oha. Hier ist auch noch was. Gehen wir einmal kurz hier mal gucken, was dort so zu sehen ist. Weil hier ist ein ganz ganz neu. Der Ort. Noch nicht mal entdeckt von mir. Gehen wir mal ihn entdecken. Hier links und rechts ist auch noch Holz. Nordseeder. Das ist gut. Und das hier ist Alderholz. Das ist auch gut. Alderholz und Hartholz. Hier ist auch noch was. Oha. Das ist ein Mammut. Oder wisst ihr was? Wir machen das mit dem Armband in Ruhe. Sondern wir erledigen jetzt einen Mammut. Dann werden wir hier an diesem Lagerfeuer hingehen. Okay. Ich bin gespannt. Welche Tiere sollen wir nehmen am besten? Den hier oder den da? Wir nehmen hier den. Okay. Komm. Wir gehen jetzt hier hin. Wir brauchen einen sicheren Abstand. Oder was sind das denn für Tiere? Oha. Guckt euch das mal an. Oha. Er hat ihn getroffen. Oha. Er ist schon weg. Oh mein Gott. Alter. Alter. Wir machen eine ganze Herde kaputt hier. Oha. Oha. Alter Schwede. Mammut häuten Leute. Das hatte ich auch noch nicht. Krass wie ich abgehe. Alter Schwede. Und ein Speer ist tot. Alter. Wir haben in einer kurzen Zeit vier Mammuts getötet Leute. Und mal. Mein Tiger. Nein. Nein. Ich stirb nicht. Was das denn ganz hier wieder aussieht. Alter. Was wir jetzt gemacht haben. Guck mal. Die sind alle eifersüchtig. Kommen alle jetzt an. Wartet. Wir müssen jetzt erstmal hier häuten. Und der nächste. Wir haben vier Stück. Vier Mammuts getötet. Ich komm gar nicht klar. Was für ein Ereignis Leute. Schreibt mal in die Kommentare. Haut mal in die Tast. Alter Hammer. Dahinten passiert mal was. Och der Arme. Losbinden. Also wir brauchen keine Angst mehr haben. Vor einem Mammut. Wir sind stabil. Alter wir sind ja jetzt schon in der Nähe von diesem Armband. Egal wir nehmen das Armband. Machen wir. Hier ist noch ein Mammut. Scheiß auf den. Wir haben eben schon vier Stück getötet. Also würde auch vollkommen ausreichend sein. Aber wo ist denn das Armband hier? Hä? Ah hier. Yeah. Von der Location her passt das auch. Also sieht geil aus. Komm bringen wir das noch an. Komm. Der rennt schon weg. Keine Chance alter. Keine Chance. Das fünfte Mammut. Ich bin ein richtiger Killer geworden in dem Spiel hier. Mammut häuten. So ab geht's. Oh da ist noch einer. Wurf. Hat er noch was Gutes dabei? Nö. Das ist noch ein Kollege von uns. Ja gut. Wir haben viel in dieser Folge erledigt. Also auf jeden Fall. Beste Folge. Hammer. Hammer geil. Und wir werden jetzt mal zum Lagerfeuer gehen. Weil wir wollen jetzt dies auch natürlich abspeichern. Dorthin ist es. Auf der rechten Seite sind noch Feinde. Lagerfeuer. Das ist Lagerfeuer entdeckt. Mistvieh. Verpisst dich. Mein Revier. So. Stellen wir noch ein paar Pfeile her. So. 32. Das würde genügend sein. Und hier oben ist noch. Eine Tasche. Und jetzt. Legen wir uns hin. Und speichern. Erstmal das Lagerfeuer anmachen. Ey. Das haben genügend Fleisch bekommen. Egal. Das war eine super Wunde heute. Wir haben so viele Tiere getötet. Unglaublich. Ab geht's. Wir ruhen uns aus. Gute Nacht.